Musik So, dieses kleine Teilchen hier, das kennt ihr ja alle, den Tokes Siphon und naja, die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn und die dritten nehmen Obo. Ja, ich bin ja schon ziemlich lange mit dem Siphon unterwegs und da ich ja wander und Fahrrad fahre und muss ich ständig mein Kochset von der Fahrradtasche in den Rucksack umpacken oder andersrum und darum habe ich mir überlegt, dass ich mir fürs Fahrrad dann auch nochmal ein extra Kochset anschaffe. So, und das mit dem Giveaway, das machen wir dann diesmal ganz einfach. Ich habe ja auch einen Instagram Account und da poste ich ja auch recht viel und ich werde gleich mal von dem Teilchen hier ein schönes Foto hier im Wald machen, das auf Instagram posten und einfach meinen Instagram Kanal abonnieren und in den Kommentaren einfach reinschreiben, Ich will das Teil und am 6. Dezember um 6 Uhr, also Nikolaus, am Nikolausmorgen ist Schluss. Bis dahin habt ihr Zeit und dann wird das Teilchen verlost unter den Kommentaren. Also, danke fürs Reinschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal.